Tobi? Ja, was denn? Du fängst an, go! Ach so, ich war gerade im Büro switchen. Okay, wir sind wieder zurück bei Rainbow Six, man. Ja, da ist alles drin. Ja, das ist da drin, Patrick, ey. Die Admonitionen sind immer scheiße. Ey, Leute. Die mach ich kaputt. Ey, warum willst du wissen, dass deine in der nächsten Folge kommt? Weil ich dann dran bin. Ach, du bist dann dran? Aber, aber, ich darf. Aber, wer weiß. Sollen wir dann wieder gemeinsam machen? Komm. Gib dir mal ein Slot. Ich wollte mal ein Danke aussprechen, während die gerade ihr Arbeitszeit haben. Kein Problem, halt. An die lieben Freunde von Need for Seat, die uns so ein super Stuhl geleaktet haben. Ja, man sitzt echt wie in einem Racingstuhl und ich fühle mich auch besser seit ich diesen Stuhl habe. Boah, ich würde mich am liebsten jetzt reinsetzen, Tennis. Das heißt, wir können diesen Job noch fünf Jahre länger machen, Tennis, weil der ist halt nicht kaputt ist. Es ist tatsächlich so, weil ich hatte tatsächlich auf dem anderen Stuhl, also nicht auf dem weißen, sondern auf dem Stuhl, den ich davor hatte, massive Rückenschmerzen nach ne Zeit, weil man echt so bescheuert sitzt. Und der Stuhl ist halt so hoch und dann sitzt man ganz gut da. Also vielen Dank. Du sitzt jetzt also auf deinem Stuhl. Du sitzt jetzt nicht mehr bescheuert? Ne. Also ich sitze nicht nur auf deiner Mutter drauf, die für mich gut geschmeckt hat. Das ist kein flüssiger Stuhl. Okay, Bahnmuseum, Leute, Bahnmuseum. Dass der Stuhl dein Niveau überhaupt aushalten kann. Ja. Starkes Niveau, Patrick, hast du recht. Starkes Niveau, ja. Patrick, ey. Kann man rauskommen. Komm, das geil ist, du hast gerade dich so selber lachen, weißt du? So, okay. Hä? Ich hab gar nichts zu lachen. Aber das stimmt. Ähm, könnte von jemand auch oben kommen, da könnt ihr nämlich auch den Boden, da kannst du durchschlagen, Dennis. Hey, los, geht ab. Über dem Raum. Jetzt klaut der sogar meine eigenen Witze, Alter. Warte, ist das dein Ernst? Hast du gehört, Heidi? Jetzt ist er noch stolz auf seine Witze. Was denn, Tori, dass man von oben kommt? Ja genau, du kannst oben da den Boden eintrümmern wieder, ne? Ich mach das gerne. Das war echt nice. Ja, ja, immer trümmern hier. Immer alles kaputt machen. Wer denn, Bernd? Das sieht immer noch schön aus, hier, ne? Ah, Alter. Grafisch ist echt hübsch hier. Naja, wenn du in Battlefield gespielt hast, pass doch auf die Fenster auf, Leute. Ja, ich finde, das stimmt, aber ich finde, das Spiel hat irgendwie einen eigenen Stil hier, Rainbow. Ja, ich mein, du brauchst sowieso. Du brauchst bei Rainbow auch keinen Schneesturm oder Sandsturm oder sonst was. Das hat der Smow dir gezahlt, dass du das sagst, Patrick? Sag doch mal. Lieber Smow, ne? Smow, hörbar. Nächstes Mal auch ohne Mo. Ohne Smow nichts los. Ah, der war nicht so gut. Für Gottes Willen. Äh, warte mal Curry, wo ist, ach, da ist er rum. Äh, Ben, Ben, wo bist du? Komm mal mit, Ben, weil du kannst für mich was machen. Einmal hau ich das hier ein. Aber das war nicht mein Primär. Ben, ich hau den Boden hier ein. Ja, dann kannst du durchballern. Ben, wo willst du hin? Achso, da. Hä? Wo? Wo? Ach, der sitzt hinterm Stuhl. Ben, da ist rechts hinterm Stuhl sitzt der. Hammer, Hammer. Hast du? Hast du? Ist er noch einen? Kannst du Turmite machen hier, Patrick? Ich will gar nicht davon ausrechnen. Doch, hier, hier, Patrick. Ein Fehler. Vorsicht, hier kann man durchs Holz, ne? Ben, da hinten ist noch eine Klappe, ne? Die ist auch. Bucky. Lass mal beide machen. Wenn du die Granate länger festhältst, dann kannst du dich schneller, ne? Ich weiß, ich weiß. Will ich aber gar nicht, also deswegen. Ja, wir haben jetzt waschen wieder. Wollte nur helfen, mein kleines Schlucki Putz, ne? Danke für den Tipp. Da liegt der Frost, da, da. Ben, wie sieht's aus mit der Klappe? Boah, er hat jetzt noch geschossen. Der Raum, Curry, ist frei vor dir? Nein, 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 ist nix frei, Alter. Der Raum, wo du jetzt grad bist, meint ich. Ja, der ist im Zug drinne hier, ne? Ja, cool, der ist in diesem Waggon. Okay. Also nicht, warte, nicht links in dem Waggon, sondern der im Raum drinsteht, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, ich hab' nicht geschossen. Donala! Macbook Air Windows. Hast du? Welchen hast du noch nicht? Welchen nicht? Okay, hier rechts in der Ecke ist noch jemand, glaub ich. Nein, 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 den linken Zug hab' ich. Nice, Ben. Komm runter, ich komm' runter. Oh, fuck, der ist glaub' ich noch drin, oder? Nice, Ben! Sehr gut gestürmt wieder, Alter, die ist von mehreren Seiten. Ne, das ist einfach die Formel, hör mal. Ja, ist echt schon. Ja, nice, man hat gar nichts gemerkt. Bam. Sehr gut, Jungs. Ja, um bei Curry läuft ja zur Zeit ein neues Let's Play, also neu ist es nicht mehr, wenn es rauskommt, aber die FIFA Muffins, ja? Oh! Könnt ihr mal reingucken, also sie sind wieder da und äh, sollt bei Curry, weil ich wund' tatsächlich, falls es bei mir auf den Kanal kommt, nein, wir haben das so gemacht, dass es beim Curry läuft und wer es sehen möchte, kann beim Herrn Currywurst auf den Kanal gehen, da gibt's die FIFA Muffins 2017, ja, und äh, ja. Vielen Dank, Dennis, ey, vielen Dank. Wiesesal? Ja, ne? Wiesesal ist ganz, ganz schick, ey. Ist gut. Ich war zwar nur den ersten drei Folgen dabei, aber ich werde sicherlich bald wieder zurückkommen. Ey, bis dahin bist du doch wieder am Start. Ey, 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 ey. Jeder ist immer, immer ein Teil der Mannschaft, weiße? Was denn eigentlich mit'n Tobi? Ja, das, weil, freie mich auch, das ist eh Legende seit FIFA 15, ne? Er sagt, wir nehmen 20 Uhr FIFA auf, was ist los? Nix. Ja, Patrick hat ja keine Zeit gehabt, Leute. Ich saß doch seit 5 Uhr morgens hier. Ist okay. Okay. Ähm, wenn er noch raus, dann mach ich zu. So, zack. Hopp, Mann. Was ist denn jetzt los, Alter? Ich hab die ganzen Zeit, meine Hand schon bei dir. Äh. Das merkst du nur nicht, weil er so kleine, kleine Kugelhände hat das. Ne, 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 patzig nicht, nicht, patzig nicht, 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 nicht. Okay, Twitch is down. Junge, hör auf jetzt. Ich schieße die hier ab, wenn du das noch einmal machst. Hey, ich hab noch einmal Kasse. Okay, Leute. Junge, ich hab nur 24. Kameras hab ich, Kameras hab ich. Wo hast du denn gemacht, Alter? Oh, Bernd, Alter, das ist aber eine schöne Therapie mit dir. Hab ja, kriegst du noch einen. Okay, ich mach hier mal Gift hin. Oh, Bernd! Ey, krass, dann hat man 104. Ja, das geht aber mit der Zeit wieder runter. So. Okay, Leute, ab geht's, Alter. Ab geht's. Also, ich kann mir hier in die Ecke reinflachsen, Curry. Wo war das? Was? Hat jemand hier die Tür irgendwie gleich? Ja, Patrick, das wäre schön, wenn du die helfen könntest. Ja, ich hab die Tür. Die hier. Nein, die hier, ich mach die hier. Achso. Ja, die hat Tobi, die hat Tobi, die müssen Dennis und Tobi haben. Ja, die Tobi macht nur Dennis grad rum. Du machst hier die rechte Seite hier und ich mach die linke, okay? Was, was, was? Du machst hier die rechte Seite und ich mach die linke hier, weißt du? Ich find das sowieso geil. Wie stumpf man das so machen könnte. Okay, oh fuck. Ja, der ist da in die Kammer. Der hat da die Klappe durchgeschlagen. Nice, Patrick, sehr gut. Sehr gut. Geh in Deckung, geh weg, Patrick. Geh weg, 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 weg. Weg da. Okay. Ich schieße, Patrick. Ja, wie denn? Wo soll ich denn hin? Wenn ich jetzt aufstehe, bin ich tot. Nicht zu offensichtlich, bleib zurück. Jawoll, nice. Komm her. Geh jetzt neu, Posi. Geh zurück. Pass auf, der ist natürlich gesprungen. Achtung, du stehst vor der Linsel. Wohl, Tobi, rechts, links. Warte, hast du Leben abgezogen bekommen? Ja, 76 habe ich noch. Geh, gib ihm. Geh, gib ihm. Bleib stehen. Da ist, da ist Tobi. Komm. Dem Flur. Dem Flur. Ja. Da ist, da ist Tobi. Hier ist er, hier ist er. Hier ist er, hier ist er. Was sind das für Kamerasäe? Okay, der ist angehittet. Chief 2166 ist angehittet. Ja, lass doch mal kommen. Tobi, bleib zurück, bleib zurück, Tobi. Tobi, ich hab ne... Okay. Da ist das ein Blackbeard. Ist das ein Blackbeard? Hab ich nicht angetötet? Tobi, mach mal den Winkel kleiner. Stell ich mal an die Wand direkt rechts. Ja? Genau so. Ja, ja, genau. Wenn er reinkommt, dann ist er auf jeden Fall weg. Und lehn dich mal nach links. Nee, Patrick, bleib zurück. Geh zurück, geh zurück, genau. Einfach safen, Leute. Hier rechts ist auch einer. Zwei Eingänge. Oder, Patrick, du facest ihn nochmal. Und dann kommt Tobi auch raus, der könnte ihn locker holen. Patrick, mach du mal hier links da, okay? Die sind aber zu zweit. Und ich mach hier mit Tobi die Tür. Sind die Zeit in den Gang? Ne, da sind aber... Es leben noch zwei Leute. Alter, wie fällt denn der aus? Patrick, hast du gehört? Was denn? Wo denn? Du machst das Loch links und Patrick, Tobi und ich mach in die Tür. Ja, da ist er. Da ist er. Jawoll! Wow! Was, Alter? Okay, der haben wir auf... Nee, Tobi, bleib zurück, bleib zurück, bleib einfach. Tobi, der hat 5 HP, die müssen da reinkommen. Tobi, noch hast du? Also Tür, hast du? Ja, ja, alles gut. Pass auf die Treppe oben auf, Tobi, der kann da durchschießen noch, ne? Genau, schön Winkel eng machen, genauso. Und der eine kriecht gerade unten durch, du musst aufpassen, Tobi. Der kriecht überm Boden, nicht, dass du nur siehst. Kamera. Kamera. Boah. Fuck you, Alter. Ich krieg's keine Chance. Die wollen euch ablenken, ne? Na ja, sind wir noch. Oh, fatze. Nice! Nice! Okay, sauber. Patsch, lehn dich mal richtig. Alter, ich hab's gehört. Payzone, Alter, nice. Wie viel AP hast du noch? Boah, nicht mehr viel, keine Ahnung. Boah, nice, Mann. Richtig gut, was ich noch gehielt hab, ey. Gut reagiert. Ja, nice, auf jeden Fall, das war echt... Also echt gute Runden bis jetzt. Ja, genau so muss das weitergehen, ey. Auf dem Pacer-Channel eben, für diese Aktion immer. So. Dann wieder zurück auf deinen. Genau. Genau, dann kann man wieder zurück auf meinen. Ne, auf dem PlayNation-TV-Channel. Ja, da spielen wir jetzt auch Rainbow, oder? Ja, maybe, maybe. Boah, das wär auch mal geil, ey. So ne fette LAN-Party. Ja, ey, Junge, ohne Witz. Ein Tisch in der Mitte, so ein langen Tisch, dann sitzen fünf links, fünf rechts. Einmal Cola. Boah. Früher zum Release von Battlefront, das war auch geil, ey. Ja, Mann. Da haben wir noch die Pizza da reingeworgen. Also man kann sagen über Science of Gaming, was man will, aber das war echt geil. Ja, das war echt Hammer. Also ohne Witz. Auch mit der Community, diese Sachen, die wir da gemacht haben, mega. Aber wer weiß, vielleicht... Es war einfach eine schöne Zeit. Ja, ist doch schön, weißt du. Wir haben schöne Erinnerungen. Community hat vielleicht auch schöne Erinnerungen, ne. Können wir glücklich sterben, ne. Ja, das ist echt so, ne. Die Küche, glaub ich, oder? Nein, ähm. Lesezimmer, irgendwo da, äh. Erster, erster Stockzimmer, also nicht. Ich glaube, es ist irgendwo. Nee, Bahn ist es nicht. Da, wo wir gerade waren, sind die... Okay, Lesezahl, ja. Lesi. Boah, diese Störseine, ich hasse ihn. Hier kann ich eigentlich... Ne, genau. Sack, ne? Ja. Mit Twitch kann man noch Störseine auch kaputt machen, oder? Einsatz in zehn Sekunden. Ja, geht das? Weiß ich nicht, frage ich ja. Keine Ahnung. Fünf Sekunden bis Einsatz. Okay, Mann, dann machen wir eine Lesesaale mal, Freunde. Es wäre cool so, dass man dann als neuen Operator einen bekommt mit einer Drohne, der hat einen Störsender und kann dann einen Störsender damit kaputt machen. Oder stören. Am besten hat man jemanden mit einem Raketenwerfer. Ja, auf jeden Fall. Was hat man dabei? Ja, das habe ich ja gerade gefragt. Mit Twitch kann man dann Störseine normal kaputt machen, oder? Kannst du es noch nie kaputt machen mit dem Twitch. Also ich finde Twitch ist immer noch einer meiner Lieblingsklassen, so. Ja, ist halt ein bisschen komplizierter zu spielen, also. Naja, klar. Die beste Klasse ist Sledger. Ja, aber die waren nur ein Hammers. Ja eben. Endlich mach. Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, die ist halt einfach, aber cool. Ich weiße, das Sledgehammer. Ah! Curry, der kommt von unten nach oben. Von unten nach oben, Curry. Ich bin bei dir gar nicht gewesen, Dennis. Was? Oben war der, Dennis? Der ist von unten nach oben gekommen. Der ist die Treppe hochgekommen. Da, wo ich ein Loch in der Wand gehauen habe. Ach so, okay. Von der Treppe da, okay. Ja, ja. Der ist also, der läuft da rum. Pass auf. Genau, den meinte ich. Ja. Ah. Den meinte ich. Alter, der hat noch so einen Zipfel da an Gesundheit. Ah, der ist oben, Alter. Hat er die? Oh Mann. Das war ein anderer Smoke, glaube ich. Aber ja. Ja, ja, das war Smoke, ja. Da Curry, genau da. Aber pass auf, links Curry habe ich ein Loch in die Wand. Ja, lol. Muss ich nur sagen. Also einer hatte noch fünf oder so. Boah, ruckzuck. Fuck you, Alter. Okay, okay, warte mal. Nur noch vier. Nee, fünf. Wenn er dumm ist, kommt er. Wo war der oben, Bronco? Meinst du? Ja, einer, ja. Ganz oben. Oder wie? Mhm, aber Treppe. Sehr gut. Nice. Wow. Klapp. Dein Schild ist gleich kaputt, ne? Vorsicht. Ja. Oh fuck, ah du Wichser. Der ist rausgekommen. Ah, da hätte ich mit rechnen sollen, ey. Fuck, Mann. Ja, ruckzuck, ne? Ah. Hä? Wer da hängt, Alter? Da hängt ja Ben jeden Tag aus seiner Bude, Alter, wenn er die Post unten holt. Ja, genau. Du kommst aus dem Fenster raus, ey. Dann fliegen wir so ein Seil raus. Hallo. Äh, Bärne. Okay, Leute. Wo wollen wir hin? Bahn hier, oder was? Ja, nee, Bahn ist gut. Bahn ist gut. Chut, 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 chut. Der Hype Train. Chut, 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 chut. Tobi. Alles klar. Tobi. Was sagst du denn zum Trailer von Red Dead 2? War ja mehr oder weniger so ein Environment-Trailer irgendwie, ne? Ja, gut. Was sagst du denn zu Nintendo Switch? Ich muss sagen, ich war richtig nice. Nintendo Switch bin ich echt mega, also ich glaube die nächste Nintendo-Konsole ist dann Nintendo Switch Reloaded. Halt die Schnauze, ey. Oh, nee, ich freu mich mega auf Nintendo Switch. Das ist, also ideenmäßig ist das mega nice. Tobi muss ja besonders viel kacken, deswegen ist das sehr vorteilhaft. Wisst du überhaupt, was draußen ist hier, Pisser? Also außer Dennis. Hä? Dennis weiß, was draußen ist, ne? Aber ihr? Ich? Was ist das? Der Haus? Was draußen ist? So. Verstanden sie Haus, Alter. Der Bernd, Alter. Ey, das geilste war bei... Warte mal, warte mal. Mach mal hier, mach mal hier, Patrick. Ja, aber komm ich ja... Ich muss erst mal die anderen auf... Ja, mach wieder weg. Ey, du, letztes Jahr hast du so ein richtig krasses Bild auf Facebook oder Instagram oder Post, ich weiß nicht, ne? Da warst du mit deinem Hund sehr früh draußen. Wo es neblig war. Der Junge sah aus wie Silent Hill, Alter. Ohne Scheiße. Geil, Alter. Ich hab den Anderthaker auch nicht gefunden. Was haltet ihr eigentlich von dieser ganzen Geschichte mit den Clowns in Deutschland? Ach, aber wenn mir einer vor die Füße kommt, kriegt er direkt auf Small. Ja, ist echt so, genau so wie das brauchen weißt du? Da stehen noch Leute im Internet, sagen so, oh, das find ich nicht gut, Gewalt mit Gewalt. Ja, sonst würdest du sonst mal ein bisschen mit ihm reden oder was? Weißt du, er steht da mit seiner Machete in der Hand, Alter, was willst du machen? Eigentlich wollen die dir ja nichts tun außer dich entschrecken, aber... Ne, 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 nicht mal mehr, das hat sich ja schon längst wieder verändert. Manche Leute greifen ja die Leute sogar an und töten die und greifen die an und rennen denen daher. So kleine Kinder, weißt du? Was sind das für Leute, Alter, sie geht das wieder im Kopf. Ja, ja, das ist aber... Hier oben müssen wir unbedingt aufpassen, ey. Am besten mal der eine 14-Jährige, den sie aufgegabelt haben und den sie dann festgenommen haben, wo dann so meint, ja, das sollte nur ein Spaß sein, ja klar. Ja, ein 14-Jähriger und ein 11-Jähriger war das in Köln. Ne, in Wuppertal, Wuppertal war das. Du musst direkt so die Bienen einhauen, weißt du? Und du darfst als Polizist nicht mehr was machen, das ist toll. Okay, hier ist eingesprengt. Aber soll ich euch noch was krasses erzählen? Es war eine Frau, die war in... Oh Gott, wo war das? Das war irgendwo in Deutschland, war die morgens, stand die in ihre Wohnung, ja? Und guckt dann raus... Ne, die waren im Garten, hat da gepflanzt und guckt dann nach links und da steht einer... Ach genau, sorry, jetzt weiß ich wieder. Die standen in ihre Wohnung, in den Wohnzimmer und Richtung Garten geguckt, dann stand einer, der hat ein Grab geschaufelt, ein Clown. Ja, das habe ich gesehen, das Video. Boah. Wieso Video? Da vorne drin ist schon einer, ne? Das gibt's als Video, wo das Kinder aufsehen. Wer nimmt das auf? Die Kinder hatten das auch mal, die haben das aufgenommen. Hier oben die Klappe ist offen, offen. Aber wie behindert muss man sein, weißt du? Alter, ohne Witz. Ist auch nicht lustig und gar nichts, weißt du? Blackbeard oben an der Klappe, Blackbeard oben an der Klappe. Gar nicht zeigen. Scheiße, fuck. Dennis, warum? Leute, hier bei mir ist niemand auf der anderen Seite gerade, ne? Ich bin hier ganz alleine im Raum. Ich bin hier ganz alleine im Raum. Okay, nice. Okay, nice. Dieses Ding da hinten, da guck ich hin. Der Blackbeard ist oben. Einer ist oben, Blackbeard, ja. Ich mach die Kameras, Jungs. Markiert. Oha. Dann bleibst du drin, bleibst du drin, du bist ein Medic, du bist wichtig. Ja, du auch, ne? Bei Twitch alter. Scheiß Ding alter. Baste? Ja. Hat der Blackbeard. Einer kommt die Treppe hoch. Einer kommt die Treppe hoch. Einer ist sofort auf den Treppen, absatz ganz oben. Markiertes, oder was? Markiertes, oder was? der brennt sich durch brennt sich durch ja ja ich hab das im blick da kommt jetzt aber noch einer hoch wenn ich hatte vor allem ich hab den verletzt mit mal das verletzt oben in der ecke wenn da ist die kamera also du musst den gang nicht machen da oben war auch noch einer macbook erst mega angefragt dass er reinkommen naja ihr seid nicht im zielraum passt schon ich hab das ja im blick da in die tür luke aber ne du musst an die luke der luke gibt es auch ich mach die luke dann wenn einer rein jumpt also der eine ist mega angeltet ne der eine ist rechts kann er auch kommen äh bronzer rechts die tür offen bei dir ich hab die kamera ja ich hab die flurkamera da müsste ich mich so positionieren ja ich sehe alles was hinter dir vor sich geht jetzt die sekunden wo ich mach die breit oh äh 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 verarsche die werden jetzt gleich reingehen wenn immer nach links lieber ja würde ich auch mal aber auch mit dem zug dass da einer drinsitzt da ja äh 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 da kannst du nichts machen ich hab den auf 40 runter geschossen aber ich hab doch guck mal wenn der so liegt dann kann ich gar nichts anderes als den kopf treffen weißt du aber trotzdem war ja gut das Ding ist aber noch nicht verloren hier ne alles gut mann komm aber letzte runde war schon krass 4 0 ey da haben wir die gerapet ja wir spielen aber jetzt auch silber 4 niveau schon da knüpfen wir jetzt dran an freunde es geht ja immer weiter höher leute ich glaube wenn wir das jetzt gewinnen bin ich silber 4 ich bin kurz vor gold ja was hast du Tobi glückwunsch dankeschön Tobias kann man auch mal gratulieren ey herzlichen glückwunsch das ist ein richtiger TF ein richtiger Tobiff weißt du wir können uns gratulieren wenn wir gewinnen Alter geil ja jetzt lass mal gewinnen ey komm ich zieh die Handschuhe an und äh nimm dich als Gummipuppe nimm dich als Gummipuppe des 4 3 ja ich war da auch schon die ganze Zeit drauf aber jeden Tag haben wir auch das Kämpfe Wahnmuseum ist ne äh genau noch ein bisschen aber ich dachte es kommt so ein Prequel Küche Küche okay das wird ein Blockbuster ab nach unten da in die Stube wenn Gummipuppe auf Destiny ich kenne einfach mal bei Brunze auf den Kanal gehen und Gummipuppe auf Destiny suchen Teil 1 bis 3 äh Teil 1 und 2 sind schon da wobei man sagen muss äh Teil 2 ist sehr verstörend es gibt dann aber noch ein Special Teil der so ein bisschen Gummipuppe auf das 3 ankündigt wo man ein paar Ausschlitte schon sehen kann und zwar ist das der Film mit Leo der ist die Fan hey Leo kommt da nicht drinnen vor scheiße oh scheiße man okay wir wollen sich ja aufpacken jetzt ist so teuer die Gage oder was ähm 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 da sind so Nebenräume da sind die drinnen ey Patrick wo sind die Gegner Speise zu bereiten hast du da hinten die Kamera gemacht bei dir Dennis ist kaputt der Küche Küche habe ein Küchererbsen okay der ist links oh fuck wo ist der? oh Alter kannst du dich töten? Junge es reicht bist du hohem Bock habt ihr den da? habt ihr den? hab 22 HP Alter der selber leckt ein bisschen kann das? wir müssen die Tür safen da okay Dennis ist safe Dennis ist drin ne? ja klar dieser Ruckzug ist der größte Fickkopf alter den es in Deutschland gibt wo war der? der ist geradeaus durch äh Bronze also bei Bronze geradeaus oder warte mal Tobi ich navigiere dich mal ähm da äh da wo denn? bei Tobi bei Tobi direkt bei Tobi wie so ein Gnom rennt der da durch alter du boah hab ihn nice sehr gut Ben sehr gut sehr gut Patrick das zusammenarbeiten hier kannst du dich hier durchsprengen oder so? Tobi komm mal rüber hier was ist los da ja ich spreng uns hier rein achso ich bin auf der anderen Seite ich mach hier ein bisschen rabau äh rabau ja hallo okay hier ist noch ne Tür Patrick das Tür die müssen wir erstmal sprengen glaube ich pass auf Tobi ist einer hier drin ne ne pass auf Kobi ist keiner drinnen fuck 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 okay ich mach auf Tobi jetzt geh ja die legen praktisch hinter dem hinter dem nein hier ist einer hier ist einer direkt an der Kiste in der Kiste links Tobi hol dir den anderen jetzt hol dir den anderen jetzt der rechnet nicht mit dir Tobi nein fick diese scheiß Dings alter du hättest den Safe gehabt alter nice sauber 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 haben wir gut gemacht haben wir gut gemacht nice von beiden Seiten weißt du gerade reingekommen ich bin auch noch von hinten gekommen alter der andere durch die Tür da glitscht das war genau der richtige Moment Ben wir sind alle wieder gleichzeitig rein das war perfekt weil hinten hinter der hinter der einen Küche da war noch jemand da war eine weißt du was ich so krass finde wir schaffen das mittlerweile ohne uns groß abzusprechen ja ja das ist halt das nice hey komm ey wollen wir wirklich wieder Bahnmuseum machen das schlimm ist dass ich weiß was Dennis denkt dadurch Zigarrenlaunch wollen wir Zigarrenlaunch machen was denk ich denn dadurch ja ich kenne deine Gedanken einfach ja sag doch man wird's blind verstehen ja was denn ja alles alles was du denkst Dennis der Dennis lässt sich die ganze Zeit nur linker Fuß rechter Fuß ich wollte gerade sagen manchmal stolper ich auch einmal weil ich manche Sachen zweimal denke ja da fängst du noch von vorne an ne linker Fuß rechter Fuß denk dran Bronz es geht um deine Zigarre alter der dennsten Walzer ey oh ja ja immer schön paf paf hä BERN ok Leute komm aber der Junge ab gehts ich will mal Bernd gerne ohne Bart sehen ok hier hat natürlich sehr viele Fenster ne ganz ganz komplett ohne Bart ja aber ich mach die Fenster zu so richtig so wie so ein jungfräuliches Babyarschloch würd ich dann gerne mal sagen oder wie Dustin sagt altägliches Bild wie viel Castle hast du noch Patrick noch eins ok mach hier mach hier das Fenster ich hab das schon gehört ich hab meine Nippels noch Bala Reiner die Bude ok mach neben das Fenster Patrick hier hier hin oder 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 genau und hier hinten noch kaputt jetzt geht los es geht los durch aus muß wir das Treppenhaus machen warte warte heidel halalala gehen sie bitte durch junger Mann für guter sie ja du ab gehts so wie der Stefan wohl jetzt 50 mach doch mal ne Lede einfach ne Helfern von dem hört und sieht man nix ich mach hier Gift rein Bronze Hallo Stefan was ist denn los mit ihnen hier können alle hier oben durch ein Fenster kommen ne ja genau deshalb ja ich war ein bisschen Stefan so ey ohne Witz der würde total weinen das ist ja so gar nicht mehr so ist ja krass ey krass dass das aus das ist halt einfach krass aber ich find's cool also ich mein er hat's genau so angekündigt ja das stimmt wenn er weg ist ist er weg ja muss das sein weißt du sonst wenn er jetzt auf einmal wieder käme so weiß ich nicht ja dann wollen wir mal gucken was der Valkyrie hier findet oh hier ein Fenster bei mir hier draußen ist auf hier unten ist einer im Flur Tobi im Flur seiner da unten unten habe ich markiert unter euch kriegst du ihn auf der Blackbeard da ist alter Tobi ist da noch einer weiß ich nicht ich weiß nicht ob da noch im Fenster noch einer ist das kann gut sein dass ich gesagt hier ist offen ok hier brennt er sich durch durch die Wand ohne ist offen einer ist da einer Curry oder der kann an der Treppe sein ach wo war der denn wo war der Treppe unten oder war der oben nein oben fuck und Treppe unten Treppe unten ja bei mir kam einer Wartebronze nicht aber warte vor das ist der Twitch hab mich hier in die Ecke reingestellt lass ihn kommen ok ok pass auf Curry ich hab ja grad einen markiert ja so der sitzt genau dieser Schiff nicht markieren nicht markieren der sitzt auf der Treppe und aimt den Treppenabsatz ab das heißt wenn ihr rauskommt ja das ist noch einer oder das war nicht oben ich hab den Fass am Treppenabsatz der hat nicht mehr viel fuck ok ich kann ihn wieder angeben ich kann ihn wieder angeben der ist jetzt grad auf der mittleren Ebene ja von der Treppe ich sag dir wenn der hochkommt ja der kann nicht mehr viel haben ok der geht jetzt runter der läuft woanders herum ach scheiße den holen können Treppe müssen ich haben also die Mucke man wo laufen die hier die ganze Zeit weil sie über uns ok die sind hier über uns guck mal da kommt der Hände rein ja ja ok vorsicht ne ok ich hab's gesehen ja hast du gesehen den Schatten alter ja wie krass sah das denn aus und wo scheiße man fuck ey der hochflug ist oben Curry genau sonnig ey ja der musste aber reinkommen Curry nice nice Patsik selber Patsik warte mal die Mucke einfach ey so läuft die ganze Musik läuft den ganzen Tag bei Curry im Kopf na klar den ganzen Tag mit so einer Triangel dabei war doch ein Schatten Shadows 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 ok da hat sich einer eingeseilt warte mal eingeseilt der sollte mal drinnen aufs Klo gehen nochmal ja Patrick äh Hauptfenster oben ne weißt du ne ja das Hauptfenster oben das ist ja wo wir immer durchgucken Patrick das Dachfenster da oben ja ja genau das gegen Rubsen hat man keine Chance alter das ist ne Bestie der Typ 11 3 alles klar ich kann euch echt nur Lion King mal empfehlen dieses Musical der ist schön boah der hat so Glück man der hat Schlack ne komm der schießt auf meine Beine alter ja hör mal gerade angefangen mit Lion King alter ja König der Löwen ok Leute 3 3 ey das ist echt kein kennst du halt Tobi ok jetzt nochmal Westen kein Tänzchen hier ne ja ich kenne das ich war da noch wo gehen wir hin das mal Lesezahl gehen Lesezahl hast du denn mal den Film gesehen Tobi den Film hab ich gesehen naja klar wie heißt denn der Bösewicht Gar nee Skaffar 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 und der Vater Skaffar Thomas Fritsch weiß ich nicht ey Mustafa ne wie heißt der ist der Erzähler war der Skaffar ne und für den Jeffrey Thomas Fritsch Alter ich weiß nicht wer ist denn Thomas Fritsch hättet die sich nicht die Wand machen nicht 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 Dennis nicht 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 top ey 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 ne Mustafa heißt der nicht das ist ja ein bisschen kann er nicht sagen Mustafa heißt der der heißt Mustafa 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 Mufasa Mufasa ja genau man Mufasa hör mal Mufasa schütt mal Mufasa ein ich kenn nur Mufanda ich kenn nur Mufanda musst du nur holen gib mal zu zäh Leute hier noch ne Wand eine Weste noch mach die Tür zu nein es geht schon los es geht schon los könnt ihr eigentlich aufhören Könnt ihr noch reinmachen ich hätte das nicht mehr vergessen dass du dich extra vor kurzem einglöpft hast in der sie nur uns um uns um zu bringen und uns den ganzen scheiß Spaß gefangen wollen lieber Buffy ach shit die werden wahrscheinlich wieder herkommen warte mal das ist natürlich draus ne Kamera hingehängt ne mach mal hier noch mach mal die Wand hier zu Patrick ich mach das ich hab nichts mehr ne 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 ich mach das noch nichts das war auch der Heimwerk hat genau wie der Bruder von Ben der kann das auch nicht tun hast du draus ne Kamera Dennis ich bin kein Kameramann heute ne ich mach keine Kamera ich hab aber draußen ins Treppenhaus ne gehängt ah Tobi nice alter ja geil ne Curry also im Raum brauchst du im Raum hast du jetzt zwei gelegt das ist natürlich Quatsch ne ja ich bin nicht mehr rausgekommen ja ok Leute er hat mich schon eingeschossen ich komm hier nicht hoch achso das war hier ne das war hier ne das war einfach der ist zurückgefahrener Twitch ja wenn er reinkommt hab ich den ja 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 da ist eben was da ist eben was gesplittert ja was macht ihr denn warum liegt denn jetzt einer alter der hat sich selbst die Luft gesprengt der Idiot ach Leute da kann ich doch nichts für toll die sind jetzt beide tot das hat einen Grund warum ich das mache ich erkläre es später hier kommt auch gleich irgendwas ne auf jeden Fall hat das ein Grund ja erklär ich dir das nice Patrick du bist ein Tier Patrick mach mal ein Tiger Patrick Kamera Kamera warte mal pscht kann ich hier stehen bleiben Curry seh ich grad nicht ich muss grad hier auf die Ecke gucken ok Patrick hat ihn ne vorsicht Patrick geh nicht vor geh nicht vor Patrick ist einer da hat das ein Loch komm Alter 3 gegen 3 jetzt bleib einfach nicht bei dem Loch der so die kleine Granate auspackt nicht hinlegen Patrick Herr Curry wie kannst du das sehen wenn der wenn der mit dem Rücken zu dir steht wenn du mit dem Rücken zu dir geht so ich dachte du hast auch Augen am Hinterkopf ok Patrick du musst links die Tür haben oh Bernd ey du bist ja mit dem Onkel Doktor ey Onkel Bernd ne du's nice nice Patrick der liegt der liegt oder ja nice das ist unser Paysetter wo war das Patrick äh Bronzer wo bist du gestorben keine Ahnung an eurer Seite glaube ich oh fuck oh oh was warte mal er hätte dann gekillt der liegt der liegt Curry der liegt ja da ist aber noch einer Curryland und was machst du denn da ein nice bam alter der ist noch sauber ey Tobi ich möchte unbedingt die Szene sehen wo ich mich selber weg springe ja für mein Best of mit dem Gewehr mit dem Holzgewehr hätte ich nicht gedacht dass wir die Runde noch hoch aber der lag ja Patrick der konnte ja eh nicht wieder überlebt werden weißt du ne der war ohne Tobi der auf einmal lagen war Tobi war da nicht noch eine ja doch aber den hatte Patrick verletzt der lag ne das geilste war Tobi die beste Szene die ich hab das also ich erklär das warum ich mich selber gespringen hab es gab mal eine Szene da haben wir nämlich die Yacht gespielt und Tobi und ich saßen so richtig schön am Raum ja das musst du natürlich in der Entscheidungsrunde machen echt erzähl das mal anders ja hä Paddy so redest du nicht mit deinem Vorgesetzten ja könnt ihr halt schöne viele Brücken ne so also pass auf und da hab ich mich selber weggespringen das war sehr lustig aber der Tobi hat das nie veröffentlicht hä das ist die Folge die kaputt war die wir in die raushauen sollten oh scheiße alles klar war das die Folge wo der Paddy so doof war und von B nach A gelaufen ist hä keine Ahnung gleich gucken wir beim nächsten Mal nochmal rein hier los ja dann lad ich die vielleicht doch mal hoch äh Bahnmuseum Bahnmuseum ok Dennis du gehst wieder nach oben mit Slaggy ja ja klar ey nice Paddy ich liebe dich da mal du bist so ein Brofilter ja außer Dienstags 69 ist eine tolle Zahl das ist deine Trikotnummer das ist meine Lieblingszahl ja ist meine Lieblingszahl warum warum ja weil 69 ne Bubenstellung ist machst du die immer ich wollte irgendwas kreatives sagen ich wollte irgendwas kreatives sagen ich wollte irgendwas kreatives sagen ich mach da das war richtig kreativ Alter macht er bei unserem R2D Bummstellung ey ich mach da mit dem ja das ist mein Zucke ey jetzt ab geht's man wenigstens ist er ehrlich ja was soll ich euch hier was erzählen wenn ihr hier alle Doktor Sommer lest ja vor allem Paddy der dann mal Brief hinschickt Hallo ja hallo liebes Doktor Sommer Team kann ich wenigstens schreiben im Gegensatz zu dir das gibt's doch gar nicht mehr am linken Sack achso Tobi das traf ruhig das das weiß am linken Sack was haut er denn jetzt raus an am linken Sack hab ich nen Pickel da wächst auf einmal ein Haar ich weiß nicht was ich damit machen soll kauf dir n A kann man auch da Frau mit befruchten danke so achso ich sollte hochkommen ne ach man ey ich erinn dem Patrick doch nur aus Spaß weil Patrick wir sind doch Bros eigentlich nicht Patrick Patrick was geht denn mit mir aber ich bin schon wieder der Ruckzuck ist im Fickschädel alter konzentriere dich doch mal ja das hat nichts mit konzentrieren zu tun da saß einfach mal wo ist der denn oben das heißt oben ganz oben im Zigarrenlauch ja wo du dich grad abseits Patrick ist ein eigener Raum wo so ein kleiner Abstandraum ist NAN den meinte ich fuck konzentriere dich doch mal ja du laberst die ganze Zeit alte Klappe an mir liegt sich geht 3 gegen 3 komm oder vielleicht doch Patrick ich entschuldige mich ich hasse recht bin jetzt ruhig ich setz eine Sprengladung ein Deckung allemann wo oben ist der denn wo genau ich hab den ich hab den der ist tot ok nice aber Ben du kannst eigentlich mit deiner Waffe auch durch den Holzboden schießen ja kannst du ja merken komm hier durch oder kann man hier nicht irgendwas machen gehen ne das weiß ich nicht kann aber sein weil es eine Holzverkleidung ist musst du mal probieren hast du keine Granate oder so mit Sicherung des Behälters fortfahren sobald die Bedrohung neutralisiert ist Biogefahrgutbehälter ne weiter links ich bin am Start hier kommt Tobi rüber spring mal auf da vorbei oder lieber nicht ich hau das lieber kaputt ne braucht der gar nicht hier bei mir aber pass auf also da liegt auf jeden Fall einer hinter dem mittleren Zug Tobi müsste der sein oh was was und wir kommen auch von der anderen Seite da hinten von dem Nebenraum ah der ist in dem Raum davor auch ne ich geh mal anders da rum hier ist ein Frost drin ne Vorsicht aber mach mal rein da ok und jetzt genau Tobi da ist ein Frost drin pass auf mit Kalben ok und jetzt aufmachen nice Ben oh nein was war das denn ist da noch einer im Raum ich mach erstmal die Kamera kaputt hinter dem Schild meint der Curry Ben hinter dem zweiten Schild ok but I don't know Tobi hier hinter dem Schild ist vielleicht einer ah shit der hab ich zuerst gesehen man der liegt hinter dem mittleren Zug echt Ben hast du gesehen Ben der ist nach rechts gegangen hast du gesehen ne pass auf Tobi ist am Start liegt rechts Tobi rechts hinter dem Zug hier ja genau müsste der Ben eigentlich sein was ah die Falle oh da war der Falle das kann doch nicht wahr sein Alter Ben mach 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 ach kacke machst du da Ben vielleicht bin ich ein gutes Lockmittel vielleicht bin ich ein gutes Lockmittel vielleicht bin ich ein gutes Lockmittel ja ich weiß ja die kommen nicht da ist er jawoll jetzt musst du Tobi holen hol jetzt Tobi geh mal Tobi holen du hast noch 19 Sekunden Ben ne wo ist der hol doch Tobi hol Tobi hol Tobi ich geh rein ich kann ihn nicht holen das dauert zu lange da liegt er nicht auf den Boden schießen Ben Oh Gott ey 4-4 mal wieder spannend was oh Gott ich mein ich hätte ihn nicht holen können das hätte zu lange gedauert ja kann sein außerdem hätte er die ganze Zeit kommen können ich wusste überhaupt nicht wo der war wieder auf meine Leiche schließt die Drecksaule ich muss aber schon sagen Ben du hast echt in letzter Zeit wirklich krasse Reflexe ey Wir reizen das immer aus, ne? Nur Konzentration manchmal, aber mehr auch nicht. Ja, aber nicht ins Bahnmuseum, oder? So ein Tiger, Alter, boah. Wollen wir ins Bahnmuseum, wirklich? Okay. Machen wir einen Tiger, Ben, nochmal. Können auch Ziggy Lounge machen, ey. Lesesaal. Nee, Ziggy, Ziggy war auch verkackt. Lesesaal, geht nicht, war gesperrt. Ey, Curry. Okay, scheiße, Mann, ey. Ich hätt den echt wieder überleben müssen, ey. Ist doch jetzt egal, Ben. Ich hätt' nicht reintreten müssen. Letzte Runde, Mann. Erstmal besser hoch gewesen. Tobi trete halt oft, sehr oft in Scheiße. Das kann halt, passiert halt. Mal ab, geht's. Tobi hat immer Glück im Leben. Tobi hab ich der letzte Saison ins Gesicht getreten. Hahaha. Lass'n CF, ne? So lob' ich mir das. Sicher, dass hier da die Räume safen wollen. Die haben einfach hier ein Fenster, da können die einfach durch, ne? Das bringt gar nix, da die Wand zu safen, eigentlich. Ich mach immer ganz gerne die äußeren, aber wir können auch ganz gerne die innere machen, ja. Ja, aber das wär' immer was anderes. Ja, aber die haben doch sowieso dann einfach ein Holzfenster, da können die einfach durchjumpen. Ja, das verwirrt die aber. Also, wo sollen wir hier zu machen, Curry? Ja, was? Das verwirrt die doch nicht, wenn die wissen, wo das Ziel ist. Das verwirrt die. Aber ich kann auch hier Löcher reinmachen, das verwirrt die auch. Warte. Wir müssen einfach wieder gleich die Klappe... Die Klappe. Ah, hätte oben gehen können. Vielleicht geht da bei Curry sogar hin. Ich geh hoch, man. Welche Klappe soll ich saven? Ja, jetzt ist eh schon zu spät, aber egal. Ich opfer mich. Tobi, komm. Komm mal hier zu. Komm mal hier zu. Oh, mach jemand. Ja, danke. Mein kleines Schatz hier ein Curry. Also, dann kriegt jemand kommt, ne? Und wo noch Curry? Ja, sonst ist er nicht. Aber kannst vielleicht da oben bleiben, falls sich da jemand durchbrennen will. Es kommt wieder ein Blankviert von oben, von der Klappe. Ja, deswegen. Deswegen kann es vielleicht sich da oben verstecken oder so. Ja, mal sofort, ne? Immer noch die andere Klappe. Wobei die Klappe... Ne, du brauchst jetzt nicht auch noch hochgehen, Tobi. Ne, ne, ich hab da noch eine Kamera hingehängt. Wer hat die Weste noch nicht? Wer hat die Weste noch nicht? Okay, das ist hier im Nebenraum. Hier ist noch eine Weste. Ja, scheiß drauf. Also Kameras müssten sehr gut verteilt sein, glaube ich. Ja, super. Schön in alle Richtungen, weißt du? Ich weiß nicht, es könnte sein, dass bei dir im Moment gesprengt wird, ne? Oder durchgebrannt. Unten kommt einer rein, im Hauptraum, quasi. Die Haupttür unten, bei Küche. Mhm. Mal folgendes. Zack. Kommt, Leute. Der Einer kommt von oben. Kommt ihr zur Klappe, oder was? Ja, Blackbeard ist oben. Guck mal drauf. Gut zu wissen. Ja, Dennis ist da. Pass auf, Patrick, vorsichtig. Fuck. Magazin wird geladen. Wo war der, Patrick? Der am Fenster. Okay. Zwischenraum. Patrick, bleib zurück. Mach hier mal den hier. Alles Zeit. Ja, zwei Minuten. Wow, die haben bei mir gesprengt. Okay. Habt ihr ein Glas? Vorsicht. Vorsichtig. Fuse, was? Das Glas ist da noch? Ich hab den Glas. Nee, Fuse. Okay. Hä? Okay. Irgendwo ist da jemand, Tobi, der hat auf mich gerade geschossen. Boah, Alter! Okay, der Ruckzuck ist am Fenster. Ist der Blackbeard? Boah, ich hasse den Typen. Okay, ich hab den Blackbeard. Ich hab den angehittet. Da ist noch einer. Oh, da ist noch einer an der Tür. Oh. Pass auf, der Ruckzuck, der hängt immer an einem Fenster, Leute. Weiße, ey. Okay, das ist ein Sniper. Vorsichtig. Der ist bei rechts, rechts beim Kaminraum. Komm, Leute, ihr packt das. Habt ihr den Kamin? Ja, ne? Geduldet euch. Patrick, einer muss da vielleicht mal den Kamin oder so. War das zwei jetzt im Zug, ey? Ja, das geht aber nicht. Ja, ich kann jetzt nicht darüber. Ja, ich kann jetzt nicht darüber. Hey, Tobi. Weiteren Zugriff auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Hast du eine P90, Ben? Ja. Patrick, welche Seite hast du jetzt? In der Mitte, okay. Pass auf, Ben, der ist links. Which war das? Nice, der ist in der Falle gerannt. Wo? Oben musste das sein. Ich glaub, das war unten. Ben, links ist einer. Ja, vergessen. Nice, Ben, nice, nice. Der Curry, der liegt im Nachbarzimmer. Hier links ist einer. Auf der Falle liegt der. Wo ist es links? Da in dem Nachbaraum. Durch den Boden. Durch den Boden. Leute, geht doch nicht alle auf einen Punkt. Nice, Patrick. Ben, du kannst den anderen jetzt töten. Oder Curry? Du kannst du töten. Der liegt rechts, Curry. Rechts auf der rechten Seite. Rechts am Boden. Du musst du da liegen. Ja, ja, ja. Reiß, Dennis? Der einer nur noch. Ich weiß, wo der ist. Der bleibt doch. Nee, fechst du. Die Zeit läuft doch. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Sauberes Story. Aber Patrick, du hättest jetzt nicht vorgehen sollen. Ich wusste, dass er ist. Ich hab einfach den Teufel mal geschlossen. Aber du hättest trotzdem auch einfach sterben können jetzt. Ja, eben, ja. Gut, wir waren drei. Aber wenn er alleine wäre, das ist krass. Ja. Trotzdem, ne? Ja. Das Problem ist, das Problem ist, Irgendwer will immer, will immer den letzten Kill, so weißt. Und das ist falsch. Das ist einfach scheiße. Nice, Leute. Sehr geile Runde, Jungs. Also ich hatte gedacht, dass wir das zwischenzeitlich aus der Hand kommen. Geben, aber ganz nice. Sehr gute Runde, Patrick. Warte, Jungs. Können wir uns jetzt einfach mal gegenseitig die Hand geben, ey. Ja. Hey, hier, virtual Hand. Ja, klar. Wer ist Gold 1, Alter? Chuck, Digga. Gold 1, Mann. Werden wir aus Sneakers, ey. Werden wir aus Sneakers, ey. Wir sind Silber 4. Also wir sehen uns wieder übernächst. Was? Curry? Tobi? Was hast du gesagt? Tschüss. Tschüss. Tschüss.